Auf, auf, nein! Ah, scheiße! Oh Gott, ich bitte euch, was war das denn? Ja, äh, hallo? Arschloch. Nein, nein, nein! Schöne Stunts wollen wir ausführen. Und logischerweise habe ich auch die zweite gekriegt, meine Güte, der hat sich ja was sonst, ne? Profi halt. Sonic ertrinkt, ah, schön. Da spuckt man große Töne und dann kommt wieder so ein Mist dabei aus, das ist typisch. Vergiss es. Ja, ist ja gut, du bist stark, ich nicht weiß. Hallo, willst du mich verarschen? Was soll ich da machen? Ja, hehehehe. Cool. Oh, Sonic, komm, jetzt geh da hoch. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Wow, ey, Sonic, ey, du übertreibst immer so. Musst du mal angeben, ne? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott, Gott sei Dank, hier geht's noch. Oh, komm, komm da drauf, Sonic. Komm da drauf. Ich muss... Fuck. Äh, kann wohl sein, dass ich ein, zwei, vierzehn Mal sterbe? Alles mit Wasser, nervig und so. Was ist das für ein Arsch, Mann? Das kannst du knicken, das ist scheiße. Äh. Hallo? Wieso läufst du denn zurück? Ja, da kommt noch mehr, ist ja schön und gut, aber... Warum? Warum tust du mir das an? So einen wie dich rette ich nicht nochmal, das ist mir sicher. Okay, am besten, ich hätte jetzt ganz gerne... Ja. So etwas nicht passiert, dass wir da richtig cool durchrushen. Aber, äh... Ne, absolut nicht. Absolut nicht, so wie ich mir das gedacht hab. Oh, na, ist klar, Sonic, ist klar. Jetzt möchte ich doch auch verarschen, Mann. Oh Gott. Okay, geschafft, locker. Gar nichts los. Junge, jetzt noch. Oh. Hilfe. Ey, Sonic, das ist ja wohl ein Witz. Ist klar. Oh mein Gott, ey. Ich stelle mich wieder dämlich an, das ist unfassbar. Oh. Wunderschön, wunderschön. Ach. Scheiße. Scheiße. Ah, mein Sonic, das war unnötig jetzt aber, ne? Das weißt du auch selber. Bis dann. Und ciao. Hier war wohl...